Hallo, ich bin die Steffi. Ich komme aus NRW, aus Essen. Ich bin hier in Ismir, weil ich mir meinen Magen verkleinern lassen wollte. Ich habe jetzt einen Schlauchmagen. Das habe ich schon seit drei, vier Jahren im Kopf, dass ich das gerne machen wollen würde und bin aber jetzt dazu gekommen, da ich noch zwei kleine Kinder hatte und erst mal warten musste, bis sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Ja, ich bin jetzt hier, habe meine OP jetzt hinter mir und mir geht es recht gut. Ich bin froh darüber, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe. Ich kann nur jedem empfehlen, hier hinzukommen, der das gerne machen würde, weil das ist ein super Team hier. Die Leute sind superlieb. Es ist echt schön. Man wird hier ganz freundlich aufgenommen. Es ist alles super und für mich war eigentlich so der Wendepunkt, als ich gemerkt habe, dass das Spielen mit meinen Kindern gar nicht mehr mal so einfach ist, wie wenn man etwas schlanker wäre. Also je mehr Kilos man drauf hat, desto schwieriger ist es auch, sich zu bewegen und mit seinen Kindern damit zu halten, ist gar nicht mal so einfach. Dankeschön für alles. Ich freue mich schon, wenn ich bald mein neues ich kennenlernen darf. Ich freue mich schon, wenn ich gerne meine